Hallo, willkommen bei Conny Canarias, Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Heute geht es um Eigenschaften, also ja, um Adjektive. Hoy hablamos de Propiedades o Adjektivos. Was für ein schöner Tag, was für ein schöner Tag. Que dia tan bueno, que dia tan bueno. Wie schön ist dieser Strand, wie schön ist dieser Strand. Que bonito es esta Playa, que bonito es esta Playa. Seine Schwester hatte einen schweren Unfall. Seine Schwester hatte einen schweren Unfall. Su hermana ha tenido un accidente grave. Su hermana ha tenido un accidente grave. Es ist ein einfaches, aber gutes Restaurant. Es ist ein einfaches, aber gutes Restaurant. Es un restaurante sencillo, pero bueno. Es un restaurante sencillo, pero bueno. Es ist sehr praktisch, eine Bushaltestelle genau vor meinem Haus zu haben. Es ist sehr praktisch, eine Bushaltestelle genau vor meinem Haus zu haben. Es ist sehr praktisch, eine Wauwass oder der Autobus, Justo delante de mi casa. Das ist ein typisches Gericht aus dieser Gegend. Das ist ein typisches Gericht aus dieser Gegend. Es un plato típico de esta Región. Es un plato típico de esta Región. Carlos ist ein fröhlicher Mensch. Carlos ist ein fröhlicher Mensch. Carlos es una persona alegre. Carlos es una persona alegre. Was für ein starker Mann! Was für ein starker Mann! Que hombre más fuerte! Que hombre más fuerte! Deine Freunde haben eine schwere Arbeit. Tus amigos tienen un trabajo duro. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ich trage einen sehr schweren Koffer. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ich trage einen sehr schweren Koffer. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ich verwelte eine sehr schweren Koffer. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ich werde eine sehr schweren Koffer. Ich werde eine sehr schweren Koffer. Muchas 생각을 für Sie. Bis zum nächsten Mal! Anna.